Der Martin Luther hat schon gesagt, Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmacket? Ich bin heut zum Essen beim Chef und seiner Frau, dem tut's ein Brot und natürlich von der Sau. Beim dritten Bier trink ich zu früh auf einmal ober, da rührt sie mein Mo und auf kommt der Mo da. Hat dann so, war das Essen gar nicht gut, deswegen lasst dann direkt aus, das auch mal der Bursche, der hat Mut. Gesundheit geht vor Anstand, was keine Miete zahlt, muss aussehen, wenn's Magerl brummt, ist Herz anzund, die Frau ist nur, wer traut sie. Gesundheit geht vor Anstand, denn wer rülpset und furzt, Leil, es war schon immer so, der braucht keinen Arzt. Die Bäuerin ließ die Schürze fallen und ließ dabei zwei Fürze schallen. Heut treff ich noch ein Dirndl, ein ganzer fescher Haas und ein Teufel hat's mir daung, wann sie mich zu mir lasst. Ich geh rein, ich mach die Tür zu, da braut sich schon was zusammen, soll ich hart bleiben oder nachgehen halten, kaum ist es immer lang. Halt dann zurück, holt er ihm im Bett dann wieder ein, deswegen scheint er jetzt, weil was sein muss, das muss sein. Gesundheit geht vor Anstand, was keine Miete zahlt, muss aussehen, wenn's Arscherl brummt, ist Herzerl gesund. Die Frau ist nur, wer traut sie. Gesundheit geht vor Anstand, denn wer rülpset und furzt, Leil, es war schon immer so, der braucht keinen Arzt. Unter einer Fichtenwurzel hört ich einen Wichtelfurzel, unter einer Wichtelfurzel hört ich einen Fichtelwurzel. Leil, zum Schluss noch die Königsdisziplin, wenn's vorn und hinten drückt, kriegt's es gleichzeitig hin. Eins ist euch sicher, da werden sie alle lachen, obendrauf wird der Körper noch ein Screenshot machen. Doch passt auf, dass ihr nicht überträgt wird's. Nicht, dass aus Versehen Material mitkommt. Schuss! Gesundheit geht vor Anstand, was keine Miete zahlt, muss aussehen, wenn's Magerl brummt, ist Herzerzund. Die Frau ist nur, wer traut sie. Gesundheit geht vor Anstand, denn wer rülfst und pforzt, Leil, ist wohl schon immer so, der braucht keinen Arzt. Bagger Franz, der weise spricht, a laute Führze, a stinken nicht, aber diese Butterweichen, die sich durch die Hose schleichen, die stinken fürchterlich. Gesundheit geht vor Anstand, was keine Miete zahlt, muss aussehen, wenn's Magerl brummt, ist Herzerzund, die Frau ist nur, wer traut sie. Gesundheit geht vor Anstand, denn wer rülfst und pforzt, Leil, es war schon immer so, der braucht keinen Arzt. Leil, es war schon immer so, der braucht keinen Arzt.